Bye, bye, bis morgen, auf Wiedersehen. Es gibt nur ein paar Stunden, die schnell verwehrt. Ich muss nun leider nach Hause sehen. Unsere Kirche ist morgen auf Wiedersehen. An dieser Stelle darf ich dem Geburtstagskind unser Bürgermeister grüß. Alles Gute, wir wünschen die nächsten 50 Jahre. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein paar Lieder von mir zu meiner Feier. Alles Gute, wir sehen uns hoffentlich irgendwo, irgendwann. Letzte Woche in Bahnhaken, wer sich verirrt. Und in drei Wochen in Apelon, in Andau, oder noch ein Kind, an den Klostern, an jeden März. Dankeschön, bis ihr getwacht. Bye, 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 bis morgen, auf Wiedersehen, wir sehen uns hoffentlich. Bis in nur ein paar Stunden, die schnell verwehrt. Ich muss noch ein paar Stunden, die schnell verwehrt. Ich muss noch ein paar Stunden, die schnell verwehrt. Ich muss noch ein paar Stunden, nach Hause gehen. Und sag dir bis morgen, auf Wiedersehen. Ich muss noch ein paar Stunden, bis morgen, auf Wiedersehen. Dankeschön. Zugabe! Ganz plätschön eine Zugabe für Malermeister Fuchs.